Um an meinen Kollegen anzuknüpfen, möchte ich noch mal auf die tragenden Säule zurückkommen. Eine Säule besteht bekanntlich aus drei Teilen. Der Basis, dem Schaft und dem Kapitel. Ich möchte kurz noch einmal auf die Basis eingehen. Die Basis ist der Breitensport, ob mit oder ohne Verein. Gerade für Kinder ist der Sport im Verein von Vorteil, bietet er doch feste zeitliche und personelle Strukturen. Herr Staatsminister, Sie haben es vorhin schon ausgeführt. Laut Statistik des Landessportbundes nimmt die Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen stetig zu. Circa 16,58 Prozent der sächsischen Bevölkerung sind derzeit in Sportvereinen in Sachsen organisiert. So freulich diese Zahl ist, dem gegenüber steht aber die kontinuierliche Abnahme der Anzahl der Sportvereine. Das Angebot dünnt eben weiter aus. Besonders Kinder im ländlichen Raum, welche oft nur mit Hilfe des familiären Fahrdienstes mobil auf ein Auto angewiesen sind, finden somit nur schwer ein Angebot für Bewegung in der Freizeit. Über manchen ÖPNV braucht man, glaube ich, an dieser Stelle hier gar nicht zu sprechen. Deren Taktzeiten beschränken sich auf morgens, mittags und abends. Fehlende Räumlichkeiten oder baufällige Sportstätten machen Vereinssport teilweise schwierig bis gar unmöglich. Veraltete Geräte oder auch die Qualität der Trainerausbildung kommen hier noch hinzu. Die Vereine sind stellenweise froh, überhaupt jemanden zu finden, der diese umfangreiche und verantwortungsvolle Aufgabe freiwillig übernimmt. Doch stimmt die Chemie zwischen Trainer und Kind nicht, kann auch dieses ein Motiv sein, den Sportverein vor Ort nicht beizutreten. Positiv sei hier zu erwähnen, sind die Mitgliederbeiträge. Diese sind durchaus erschwinglich und das sollte für die Zukunft auch bitte so bleiben. Dadurch sind die Vereine allerdings nicht selten auf Sponsoren oder Spendengelder angewiesen. Die finanziellen Ausfälle im Zuge des Lockdowns bringen nun leider nicht wenige Sponsoren, oft kleine und regionale Unternehmen, welche selbstlos und ohne medienwirksame Öffentlichkeit die Vereine an der Basis unterstützen. Natürlich immer im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Muss jemand um die eigene Existenz fürchten, bleibt für Sonderausgaben leider kein Spielraum. Da hilft selbst der gute Wille nicht. Die Kalde-Jahres-Zeit steht vor der Tür, das heißt Zeithochkonjunktur für die Sportstudios, wo neben Training auch die sozialen Kontakte gepflegt werden. Auch diese haben mit den Folgen der wochenlangen Schließung zu kämpfen gehabt. Betrachten wir nur einmal den Schulsport. Für manche Kinder das einzige Muss, sich körperlich aktiv zu betätigen. Mit der Einführung der neuen Lehrpläne ab dem Schuljahr 2019-2020 erfolgt in den Klassenstufen 7 bis 10 unter anderem die Kürzung des Schulsportunterrichts zugunsten der sogenannten politischen Bildung. In Klassenstufe 4 der Grundschule wurde Sport um jeweils eine Wochenstunde gekürzt, um die Schüler zu entlasten. Ausgerechnet Sport oder dient das eher die Reduzierung des Lehrermangels? Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, hinterher. Bei einer... Nein. Danke, Herr Lippmann, für die Aufmerksamkeit. Ich fahre fort. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von Schulwochen sind das 40 Unterrichtsstunden pro Schuljahr und Klassenstufe. 40 Stunden, in denen die Kinder auf ihren Stühlen sitzen bleiben. Kinder, von denen jedes siebte Kind bereits übergewichtig oder sogar fettleibig ist. Kinder, deren körperliche Fitness seit 1995 bei Jungs um 20% und bei Mädchen um 26% zurückgegangen ist. Kinder, welche selten durch stärkere Mediennutzung von Haus aus unter Bewegungsmangel leiden. Kinder, welche motorische Defizite aufweisen, sich nicht konzentrieren können und so zwangsläufig schlechtere schulische Leistung abnehmen. Schulische Leistung hat Einfluss auf die Berufsmöglichkeiten und wirkt sich auf das gesamtere, spätere Leben aus. Hier brauchen die Kinder wieder Leuchttürme, heißt Vorbilder im Sport, Vorbilder im Leben. Jemandem, dem man folgen möchte und vielleicht sogar so sein will wie er. Jemandem, der mit Anstrengung und Leistungsbereitschaft zum Ziel gekommen ist. Doch hier bekämpft man wieder nicht die Ursache, sondern leider nur die Wirkung. Indem man Anforderungen und Maßstäbe zunehmend an das sinkende Niveau anpasst. Ein Beispiel aus dem Freistaat. Polizeianwärter bekamen beim Sporttest eine zweite Chance, nachdem die Theorie erfolgreich bestanden wurde. Ich glaube, fünf bis zehn Jahre zurückdenken, ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Ich spreche auch hier aus eigener Erfahrung. Ich kann auf zehn Jahre Ausbildertätigkeit bei der Bundeswehr zurückgreifen. Das sportliche Niveau unserer Jugendlichen ist gesunken. Die Bereitschaft, manchmal über die eigenen Grenzen hinaus zu gehen, war bei den wenigsten zu erkennen. Man merkt es halt immer wieder. Es geht auch ohne die nötige Bereitschaft. Einen Ausgleich der Kürzungen im Fach Sport sollen die Ganztagsangebote in den Schulen erbringen. Der Bedarf ist da. Auch hier ein Beispiel. Ein Bekannter hält GTA-Sport in verschiedenen Schulen im Erzgebirge. Er kann die Kinder begeistern, zum Sport betreiben. Aber er fordert ihnen durchaus einiges ab. Es hat sich herumgesprochen, die Qualität stimmt eben. Und wissen Sie was? Die Kinder haben Spaß daran und wollen es freiwillig. Er kann sich kaum vor Teilnehmer retten und die Eltern möchten, dass ihre Kinder dort mitmachen. Schöne Sache, leider zu selten. Nun könnte man annehmen, es sei alles in Ordnung. Oft werden solche sportlichen Möglichkeiten nur von den Kindern in Anspruch genommen, welche sich ohnehin gern bewegen. Für Schüler, welche körperliche Behabung beziehungsweise dick und bequem sind, haben auch die tollsten Sportangebote gegen das Sofa und einschließlich der Spielkonzonen leider keine Chance. Nicht wenige von ihnen leiden bereits jetzt schon an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar an Gelenkbeschwerden. Gerade diese Gruppe hätte mehr regelmäßige Sportstunden am nötigsten. Hier werden Sie wenigstens zeitweise zu Ihrem Glück gezwungen, wie man es so schön sagt. Laut Ihrem Koalitionsvertrag, Herr Staatsminister, wollen Sie das Konzept Bewegte Schule im Sinne der Bewegungsförderung ausbauen. Ob Lehrermangel und hohe Stundenausfälle, aber nebenher Zeitlassende für Einführungskurse, Lehrerfortbildungen, Befragungen und Berichte zum Thema, um das in Aussicht gestellte Zertifikat zu erhalten, darf bezweifelt werden. Doch hat ein Schüler mit viel Kraft und Ausdauer trotz aller Widrigkeiten sich sportlich verdient gemacht, steht ihm der Weg über eine sportbetonte Schule, Studium oder bei der Bundeswehr, Bundespolizei, Zoll, Landespolizei, nebst Training in Richtung Leistungssport, dem Schaft der Tragenden Säule offen. Eine eventuelle Olympiateilnahme, vielleicht sogar gekrönt mit einer Medaille, dies ist schließlich das sogenannte Kapitel der Tragenden Säule. Hier finanzkräftige Sponsoren zu finden, dürfte kaum ein Problem sein. Schließlich hängt, bildlich gesprochen, die Werbung immer ganz oben. Aber auch Sportler werden älter. Zum Karriereende, ob mit oder ohne Olympia, sollte jeder Sportler zuversichtlich in eine berufliche Zukunft schauen können. Im Spitzensport darf nicht vergessen werden, auch der Beste seiner Disziplinen hat mal klein angefangen. Der Spitzensport ist und bleibt einfach der I-Punkt. Und Frau Kummer, bei uns spielt das Geschlecht keine Rolle, es zählt der Athlet. Das ist wichtig. Daher muss der Sport in Sachsen von unten nach oben auf gesunden Beinen stehen. Herr Staatsminister, keine Augenwischerei. Hier sollten Taten folgen. Stärken Sie das bröckelnde Fundament Ihrer sogenannten Tragenden Säule. Und wichtig, stärken Sie den Breitensport und das Erdnamt. Das muss unser gemeinsames Ziel werden, mehr Menschen zum Sport bewegen. Und zum Schluss noch eins, Frau Tendler-Waldenda, danke für Ihre Einführung. Ich hätte mir das bildhaftig sehr gerne vorgestellt, wenn die Staatsregierung letztes Jahr Dynamo Dresden unterstützt hätte und es geschafft hätte vielleicht, dass Martin Dulig der Tormann ist bei Dynamo Dresden. Dann hätte ich mir vielleicht sogar gerne nochmal die Fußballschuhe übergezogen, um bei Ihnen ein Tor rein ins Netz zu schmeißen. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal im Namen der AfD-Fraktion alle herzlich dem Ehrenamt für Ihr Engagement bedanken. Vielen Dank.